Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir schauen uns hier weiter um in Blas' Geschenk. Wie ist das für ein Geschenk? Ondras' Geschenk. Wir suchen nach einem verschlossenen Hause. Aber wir haben kein verschlossenes Hause. Meine ich. Denn wir haben einen Schlüssel gefunden. Bei den Schlägern. Die die Prostituierten bedrohen und deren Kunden. Das können wir nicht gut heißen. Hier. Hier war das Haus. Aber da war ich doch schon drin. Das war abgeschlossen. Das war das Einzige abgeschlossen. In diesem ganzen Ding. Zu dem Leuchtturm müssen wir auch irgendwann wieder zurück. Was soll denn eine Schenke gemacht werden? Finde ich eigentlich eine coole Idee. Eine Schenke in einem Leuchtturm. Finde ich voll geil. Ist auch sicher eine super Touristenattraktion. Gut, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so, aber in der Zeit. Aber das war das einzige Haus, das in Ondras' Geschenk abgeschlossen war. Und ich hab's natürlich schon so geknackt. Ah, 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 ah. And there they are. Find und stelle die Diebe. Erledige den Anstifter der Angriffe. Jawohl. Aber der sieht leider ein bisschen heftiger aus, als die anderen eben. Äh, reden wir mal mit ihm. How do you do? Äh, okay. Efra wirkt trotzig und trägt eine robuste, wenn auch imponierte Rüstung. Jeder Krater und jede Delle scheint sie mit Stolz zu erfüllen. Äh, ach so, sie ist eine Frau. Okay. Du siehst nicht wie einer der Ritter aus. Kann ich dir mit etwas helfen? Äh, wer bist du? Ich bin Efra, Leutnant der Dutzenden. Sie klopft auf ihren eingedellten Brustharnisch. Wir sind die... Das ist wie dumm eigentlich. Du lässt den Brustharnisch doch nicht eingedellten. Du haust die Dellen wieder raus. Äh, wir sind die letzte Kampftruppe in Trotsburg, die sich noch daran erinnert, was es heißt, ein Direwälder zu sein. Außerdem scheine ich unglücklicherweise die Einzige zu sein, die sich daran stört, dass mehr die Einheimischen nach Strich und Faden ausnimmt. Ich bin wegen dem Ärger hier. Die gewöhnlichen Gestandenen sind wütend. Und das sollten sie über diese betrügerische Mauer auch sein, die den Edelleuten hinten reinkriecht. Sie grinst spöttig. Sie nutzt die Tragödie von Whitewinds Vermächtnis aus, um sich die Taschen zu füllen. Sie ist kein Deut besser als die Ediranischen Oberherren, die vor 200 Jahren hinausgeworfen haben. Die Leute hier kennen dich als ehrliche Vermittlerin. Meier hat dafür gesorgt, dass sich nur die Reichen einen Besuch in ihrem Etabismor leisten können. Und trotzdem sitzt sie im ärmsten Viertel von Trotsburg. Und das soll gerecht sein? Wir haben die Angelegenheiten in unsere eigenen Hände genommen. Die wahre Verbrecherin hier aber ist sie. Warum sagst du ihr nicht, dass sie sich zurückziehen soll? Mehr mag ihr ein Vermögen machen, ihre Angestellten aber nicht. Ihnen schadest du noch mehr. Das stimmt. Und ich finde, das passt. So habe ich es noch nie gesehen. Ihre stumpfen Schulterplatten sinken herab. Dann besteht hierfür wohl kein Grund mehr, oder? Sie schaut die Schläger um sich herum an und nickt schließlich. Sag mir, dass wir ihre Leute in Ruhe lassen werden. Das war easy. Ach, schaut euch das an. Unsere Waffen, wie die jetzt mit Feuer und Blitz und so. Voll geil, okay. Relax. Äh, oh nein. Ich habe das falsche Schwert mit Blitz gemacht. Nein! Ich bin so dumm. Fuck my life, ey. Sorry. Für den Ausdruck. Jetzt habe ich nichts mehr für die... Maximale Verzauberung erreicht, oder? Das ist scheiße. Das stimmt aber gar nicht. Acht von 14! Wahrscheinlich hat er nur eine maximale Anzahl hiervon. Gesundheitsschatz. Aber der hat die Zerschlagungspeitsche eh schon drauf, okay. Die ich noch gar nicht machen kann. Ja, ersetzen könnte ich es vielleicht. Kann ich das Schlagen-Hominid wegmachen? Wahrscheinlich nicht. Okay, das war dumm. Ich könnte... Warte, weißt du was? Das mache ich nochmal. Ich lade nochmal. Wir haben eh da gerade angefangen. Wir rennen nochmal schnell dahin einfach. Der Mann hat ernsthafte Probleme. Sowas macht man sich nicht lustig. Ja, voll die ernsthaften Probleme. Gut, das haben wir erledigt, oder? Mit ihr? Ja. Ja. Scheiße, ich habe das falsche Schwert verzaubert. Das ärgert mich jetzt echt tierisch. Ähm, dann gebe ich ihm lieber extra 30% Schaden, glaube ich. Wohl, das geht nicht. Achso, das kann ich ihm auch nicht verpassen, weil er schon die Zerschlagungspeitsche hat. Okay. Und Qualität hat er schon gut. Kann ich die Qualität nicht ersetzen? Ich würde mich gerne beschädigen. Zwei da drauf packen. Anstatt gut. Ja gut, dann kann ich nur Romyeliden töten. Ist okay. Of course. Whatever. Äh, wir müssen... Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Egal, werden wir schnell mal mit den Reden Intelligenz dann fertig. Blub, blub, blub. Was finde ich trotzdem wert, nachzuschauen? Aber immerhin machen wir jetzt 30% oder 25% mehr Schaden gegen Menschen. Wer bist du? Ich bin wegen dem Ärger hier. Äh, Du sorgst dafür, dass die Leute von hier immer noch große Probleme haben. Eigentlich schade. Ich wünschte, mehr würde zurücktreten. Aber komplett das Etablissement schließen. Das dumm ist, als würde den Leuten, die da arbeiten müssen, auch nicht helfen. Aber ich finde es trotzdem eine bessere Wahl, anstatt sich dauernd verkaufen, zu verkaufen. Aber, hey, das ist nur meine, meine Ansicht. Ja, so. Läuft. Ich mag übrigens die dynamischen Fog-of-War-Effekte hier in dem Game. Ähm, die sind gut. Die fallen mir. Und sehr viel Aufwand. So, reden wir mit mehr. Zumindest, das auf den Karten aufzusetzen, stelle ich mir sehr aufwendig vor. Immer eine gute Sache, ein paar warme Körper hier drin zu haben. Hast du schon Fortschritte mit diesen Schlägern gemacht? Ähm, ich habe die Anführung gesprochen, sie lässt sich jetzt in Ruhe. Mehr als Augenbrauen heben sich. Na, das nenne ich aber eine willkommene Überraschung, die sich, die sich zu feiern lohnt. Hier wäre ich übrigens auch nicht wohltätig. Deswegen habe ich hier auch, ähm, das Rationale gewählt. Weil, ich mag sie nicht. Ich mag sie, damit das Moor nicht. Und deswegen bin ich nicht einfach, yay, ich helfe dir. Ähm, die sich zu feiern lohnt. Nimm dir ein paar Kupferpant und vergnüge dich. Ihr Lächeln wird breiter. Und wenn du beschließen solltest, dich hier zu vergnügen, genießt du meinen Sonderrabatt. Sehr gut, wir haben immerhin 600 Kupfer erhalten. Immer noch nicht so viel wie für eine Nacht mit der Ollen da oben. Wir haben Zeug, ganz viel Zeug erhalten. Sie, sie backt also nicht? Wow. Wow, Eda. In Wissen des Grinsen legt ihre blauen Zeichnungen in Falten. Also, was kann ich für ein fesches Mädel wie dich tun? Äh, ich hätte gerne... Sirel. 500. Ja, 50% Rabatt ist okay. Jawohl. Du findest ihr Quartier im oberen Stockwerk. Sie legt eine große Hand auf deine Schulter. Lass dich nicht von deinen stämmigen Burschen vor ihrer Tür abschrecken. Sie sollen nur dafür sorgen, dass alle eine schöne Zeit haben. Yeah, right. Yeah, right. Angebot und Nachfrage. Jetzt wird es ab 18, Leute. Bitte alle wegschauen, die noch nicht 18 sind. Dragon Unity. Steuerhinter getrieben. 17 Kp ging an Banditen verloren. 876 wurden verdient. Wieso Banditen? Ich habe ja wohl die sicherste Burg des Universums. 29 zu 17? Damn it. Wir müssen unbedingt den Fessler auch noch hier umhauen. Einen haben wir immerhin im Knast. Ich hoffe, wir können die noch irgendwie, I don't know, foltern oder so. Blutüberströmenverbrecher. Ich könnte einen Goldpakt-Ritter holen. 10 Kp pro Tag ist jetzt nicht viel. Skald-Vagabund. Und unordentlichen Jünger. Bitte der Wildnis. Ich will den Blutüberströmen. Warum bringt mir der Blutüberströmte Verbrecher Sicherheit und Prestige? Ich finde, der sollte beides abziehen, wenn man den anheuert. Das ist ein fucking blutüberströmter Verbrecher. Der ist auch noch Blutüberströmt. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, der Goldpakt-Ritter würde mir nur Gold klauen. Ne, ich glaube, wir lassen es erst mal so. So, Truller. Ich bin da. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen schniggel-die-schnaggel. Sieh zu. Nichts hier. Das Puder verdeckt ihre Augenringe fast. Und das Rouge legt sich über ihre zu ausgeprägten Wangenknochen. Ja, bin ich auch nicht so der Fan von. Trotzdem, Sirelle ist eine schöne Frau. Sie empfängt dich mit einem Lächeln, das sie geübt haben muss. Hallo, Fremder. Lass es mich dir etwas bequemer machen. Ähm. Es ist ziemlich warm hier drin. Es gibt da, was ich mit dir besprechen muss. Sie fährt dir mit einem geschmeidigen Finger deinen Hals entlang und unter dein Kinn. Sag mir einfach, was du willst. Wenn du noch jemanden mitbringen möchtest, dann kostet das extra. Dein Freund Tristan hat mich geschickt. Er braucht dieses Medaillon. Und ich auch. Sirelle hebt ihr Kinn. Ich habe ihm die Hälfte des Geldes angeboten und er hat abgelehnt. Sie verschränkt ihre Arme und umkreist dich mit kurzen, schnellen Schritten. Mit Sicherheit hat er dir auch über seinen zerrissenen Clan erzählt. Hat er auch erwähnt, dass ich ihn dahin gebracht habe, wo er heute ist? Ja, das hat er. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich würde alles darauf verwetten, dass er jetzt ein besseres Leben als in Aya Glenfurth hat. Äh. Ich habe lange gearbeitet, um hier rauszukommen und ich werde all das nicht aufgeben, nur weil Tristan plötzlich nostalgisch geworden ist. Ähm. Entschlossenheit nicht und Macht nicht. Ich werde es dir abkaufen. Es ist 6000 Pant wert? Wenn du so viel Kleingeld hast, werde ich dir gerne dabei helfen, es auszugeben. What the fuck? Ich möchte mir was anderem helfen. Ihre Schulter entspannt sich und ihr kokettes Lächeln kehrt zurück. So ist es recht. Ähm. Okay. Sie hat mir gerade bei was anderem geholfen. Äh. Was war das weit weg zum Zuhause? Das Recht hat das irgendein chanische Medaillon, aber sie würde sich nicht davon trennen wollen. Sie ist Prostituierte im salzigen Mast. Ich schlug vor, dass ich mehr bezahle. Ich sage mir, dass Serena 1000 Pant für die Nacht kostet. Serena glaubt, sie habe mehr Anrechte, was Medaillons fürs tun. Och. Und vor allem. Hello. Hm. Hm. Äh. Wir haben einfach nicht die Entschlossenheit und die Macht. Wie viel brauche ich? Wie viel habe ich? Wir brauchen 16, 16. Und ich habe ein Macht zu wenig. Willst du mich verarschen? Oder 3 Entschlossenheit. Gibt es irgendeinen Gegenstand, der mir genug Entschlossenheit gibt? Ich glaube, wir haben welche. Intellekt. Ich brauche nur einen Gegenstand, der mir genug Entschlossenheit gibt. Run Buff oder sowas. Ich habe nichts zu essen, das ist das Problem. Eine Entschlossenheit. Ich habe sicher genug Crap, um mir genug Entschlossenheit zu geben. 10 verteidigen gegen Zauber. Nice. Sonst wüsste ich nicht, was mir hier Entschlossenheit gibt. Ich habe ein paar kritische Treffer. Öl, gibt mir Verfassung, auch wenn ich das ziemlich bezweifle. Schadensreduktion. Ausdauer und Verfassung. Ausdauer und Verfassung. Rast in Goldtal. Ja, I know, aber das kostet mich dann nochmal 500. Außerdem in Goldtal. Ja, und gerade nur habe ich nicht weit genug ausgebaut für Entschlossenheit, weil ich Entschlossenheit generell nicht so sinnvoll finde. Ich habe sicher Items dafür. Also wir haben hier eins mit Entschlossenheit. Ja. Und ich bin mir sicher, irgendjemand von euch hat auch noch was mit Entschlossenheit. Nein, nein, nein. Nein. Da ist Entschlossenheit. Da sind schon plus zwei. Scheiße, der hat auch was für Entschlossenheit. Gauens Schwur. Gibt es denn Ausdauer? Kannst du mir nicht antun. Mir fehlt eine Entschlossenheit. Übrigens lieber den, als eh das. Mir fehlt eine Entschlossenheit. Schild oder Waffen haben so einen Blödsinn leider nicht. Kannst du mir Entschlossenheit geben für den Moment? Ich meine nämlich schon, aber nur im Kampf. Ja, ich glaube, er kann es mir im Kampf geben. Ich habe aber keine Nahrung, Hasmodan. Hast du es nicht mitbekommen? Das ist ja mein Problem. Ich habe so einen Blödsinn nicht, weil ich so einen scheißen Brauche. Buff Food, so ein Quatsch. Ist das mehr ein WoW oder was? Wo ist es? Wo kann ich denn hier Handwerkgedöns machen? Da, Handwerk. Nahrung. Habe ich irgendwas, was mir das geben kann? Nope. 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 Kannst vergessen. Das war eine Nahrung, die ich machen kann. Ja, das Dracheneigericht könnte mir das machen. Aber wo kriege ich so ein fucking Drachenei her? Ich weiß, wir haben Drachenei gesehen. Ich weiß auch, glaube ich, noch wo. Aber ganz bestimmt hole ich mir den Scheißen. Das ist viel zu teuer. Das muss anders gehen. Hier gibt es nicht. Hier gibt Wahrnehmung. Keine Entschlossenheit. Zutaten habe ich für die Herz-Afte-Pastete. Aber die gibt Entschlossenheit. Plus ein Aussauger, plus ein Macht, plus ein Wahrnehmung. Ja, ich brauche keine Macht. Macht könnte ich auch so bekommen. Ich will das über Entschlossenheit regeln. Weil Macht heißt immer, ich haue dir auf die Schnauze. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde dir keine Prostituierten verprügeln. Ich werde dir sagen, gib mir das Gefälligste. Und dann gibt sie mir das. Das ist was anderes. Deswegen schaue ich nicht nach Macht. Weil Macht könnte ich sofort haben. Da brauche ich nichts für. Da gibt es einen Gegenstand. Das ist kein Problem. Ja, meine Entschlossenheit ist 14. Äh, 14? Warte. Hier müsste jetzt 15 sein. Warum ist die jetzt erst... Warum ist die jetzt nur 14? Obwohl ich mir zwei Gegenstände mit plus 1 Entschlossenheit angezogen habe. Äh... Immer noch 14. Für Orlana, für Edir, für unerschütterliche Entschlossenheit. Und das ist das hier. Für den Helm bekomme ich das nicht. Für den Helm bekomme ich keine Entschlossenheit angerechnet. For some reason. Also kann ich das noch nicht mal stacken. Ja, ich brauche das scheiß Ei. Ich brauche ein Drachenei und ich brauche Käse. Ich hoffe nur, ich darf hier immer noch... Ich glaube, hier hat er das Drachenei oder der draußen... Ich glaube, der draußen hatte das Drachenei, nicht die Typen. Die Typen haben nur Ausrüstung. Ja. Die Typen haben nur den Mist, den ich ihnen angedreht habe. Oh, ich will nicht noch mal 500 zahlen für die olle Kuh, ey. Nur damit ich mit dir labern kann, was total dumm ist. Was? Ja, sie will 6.000. Die olle blöde Kuh. Gibt ja keine 6.000. Aber ich will auch nicht noch mal 500 für die blöde Kuh ausgeben. Warte, hast du vielleicht sowas? Das gibt wenigstens Käse. Du hast eine Herz auf der Pastete. Du hast irgendwas damit. Fassung, Wahrnehmung. Wir machen einfach... Du hast nur Scheiße. Ja, das ist nur Quatsch, okay. Kann ich alles nicht brauchen. Nein, 500 sind auch nicht besser als 6.000. Null ist besser als 6.000. Und ich will verdammt noch mal nix mehr ausgeben für die blöde Tricksku. Das gibt's nicht, ey. Reg mich voll auf. Eine fucking Entschlossenheit zu wenig habe. Oder zwei. Wo ist jetzt der Typ noch mal gewesen? Der war hier unten am Dock bei der valianischen Handelsblödsinn. Das Dumme ist, ich weiß, dass er ein Drachenei hat. Ich weiß nicht, wo ich Käse herbekomme. Kann mir jemand sagen, wo ich Käse herbekomme? Wie viel kostet mich das Drachenei? 3.000? Da kann ich auch die 6.000 in den Arsch schieben. Weil ich jetzt schon 4.000 für die blöde Biatsch ausgegeben habe. Wie dieses Spiel Emotionen vermittelt. Am Arsch, ey. Gib mir eines. Ich hoffe, du erstickst dran, du Penner, an meinem Geld. Ich weiß nicht, ob ich den Scheiß verticken. Fisch bringt alles kein Geld. Ich weiß nicht, ob ich die Wolfshaut oder den Scheiß nochmal brauche. Das bringt alle nicht wirklich Geld. Na toll. Das hier kann ich auch nicht verticken. Dann sind sie eben 2.600. Dreckige Olle, ey. Wo kriege ich jetzt Käse her? Ich habe keinen Händler, wo ich Käse herbekomme. Wo kriege ich Käse her? Ich brauche Käse. Ich könnte auch einfach die 6.000 in den Arsch schieben, der blöden Kuh. Quite literally. Mal sehen, was er davon hat. 6.000. Das ist echt voll überzogen. Weißt du was? Ich glaube, damit ich keinen Trouble mehr habe, schiebe ich der halt die 6.500 rein. Das ist wurscht. Bis ich jetzt Käse finde. Dracheneid ist auch viel zu teuer. Fuck it. Das ist mir jetzt zu dumm. Keine Zeit für. In der Zeit, die ich jetzt verliere, könnte ich wahrscheinlich 10.000 Kupfer einfach machen, indem ich Viecher kille. Oder Quest mache. Ja, du blöde Kuh. Du hast gewonnen. Ne, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich versuche jetzt das nochmal mit der Macht. Ich muss irgendwo doch Macht herbekommen können. Irgendjemand hatte hier Macht. Ich will jetzt gucken, was das bringt. Wenn sie sich, hau ihr eine rein ins Gesicht oder so, dann ganz bestimmt nicht. Irgendwo hatte ich Macht. Irgendwas hat doch Macht gegeben. Hattet ihr die nicht ausgetauscht? Oder dafür hatte ich, glaube ich, irgendwas zum Essen machen. Nee. Der jetzt auf der Passete ringt, 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 macht. Mach mir mal eine, danke. Ähm. Nicht du. Ja. Hm. Greetings. Noch eine Rechnung offen? Das war die falsche Rechnung. Ja, jetzt habe ich zweimal schon mit dir Sex gehabt. Geil. Ähm. Bla, bla, bla. Du wirst mir dieses Medallion geben. So oder so. Zerils Augen schießen zur Tür. Trutzbuch negativ. Seht ihr, das wollte ich halt nicht. Ihren Mund bedecken, bleib ruhig. Du hörst ihre stickten Schrei unter, unter deiner Hand und spürst die warmen, flachen Atemzüge, während sie sich gegen dich wehrt. Letztendlich reißt sie eine lange Kordel aus ihrem Korsett heraus, an deren Ende ein geschnitztes Adre-Medallion hängt. Danke. Ähm, okay. Gut, dass ich so gewandt bin. Ja, wir sind sehr gewandt sogar. Äh, Trutzbuch. Nee, schwach gut. Maybe. Screw it. Ich habe 6.000 gespart. I don't care. Screw you, bitch. Ich glaube, es hackt, ey. Scheiß Medallion. Wo ist das Ding jetzt? Wir wissen, warum das Teil so geil ist. Äh, gehört das hier zu? Antimagisches Amulett? Nein. Vulvanus. Hä, wo ist das Amulett? Achso, das ist ein Questgegenstand, ne? Ja. Gestohlenes. Anguithanisch. Wieso gestohlenes? Plus 2 Macht. Das Medallion wurde ordentlich. Wir waren schon sowohl graviert. Und das Große und Schwer hängt dennoch an der Goldkette. Ja, komm. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich muss da dranbleiben. Okay. You must gather your party before venturing forth. Screw it. Wir haben es. Mir ist es wurscht. Hauptsache keine 6.000 Kupfer weg. Ich gebe ja 1.000 aus. Heißt aber 6.000? Boah. Das ist schon heftig. Ich meine, das ist... Das ist mehr als ein Drittel von dem Geld, das wir besitzen. Und uns gehört ein verdammtes Schloss, ne? Das geht auf keine Kuhhaut. Wir haben ganz schön Geld verloren in dieser Session. Äh, 5.000 mindestens. Mehr, 7.000 haben wir verloren. Das ist eine ganze Menge. Obwohl ich so viel verkauft habe. Damn, damn, damn. Aber gut, ich habe auch ein paar sehr gute Gegenstände gekauft. Das muss man dazu sagen. Wo stand jetzt die hässliche Type? Wo war der? Der war in Farnheim, ne? Da muss ich sowieso hin. Das heißt, hier sind wir jetzt fertig. Komplett. Dann gehen wir jetzt nach Farnheim. Gehen ins Sanatorium. Gehen in die Schenke zum brodelnden, verschmorten Fass. Irgendwann wurde er ermordet. Ach, Fürst Redrick wurde ermordet. Sein Nachfolger ist Kolsk. Der letzte überlebende Verwandte aus der Linie Redricks. Ja, ich glaube, dem haben wir sogar geholfen dafür. Stylward sendet seinen Hilferuf. Sie wurden von oben angegriffen und fürchten können wir... Ja, okay, das werden wir eh noch helfen. Äh, Farnheim. Farnheims Legende. Das war aber aus X. Das war ein cooler Sektor. Ich mochte X so sehr. Die alten Teile waren echt gut. X4 hat mich leider echt enttäuscht. Zu wenig Story. Ja, erst dann hat... Ne, ich gehe jetzt erst das mit dem blöden Medaillon machen. Und ich werde ihm das Medaillon in den Hals stopfen. Drecksack. Ich bedrohe nicht gerne Leute. Oder am wenigsten Frauen. Und dann... Ja, gut, Prostituierte. Muss jetzt auch nicht sein. Zumal ich die bezahlen musste, dafür, dass ich überhaupt dahin konnte. Hallo? Und ich hatte zweimal Sex mit ihr anscheinend. I don't know why. Just happen. Ich muss ja auch mein Geld ein bisschen wieder wert bekommen, ne? Läuft. Läuft. Gib mir, gib mir. Wehe, das gibt nicht richtig viele Punkte. Hier, du Drecksack. Well met, Brent. Der schicke Elf betrachtet dich und deinen Rucksack. Hast du es geschafft? Das war das Medaillon von Zerelle. Ich geb dir das Medaillon. Obwohl, er eilt aus dem Gasthaus. Sein feiner Umhang schleift auf dem Boden. Zwillingsulmen gering positiv. Zu den Zwillingsulmen müssen wir sowieso noch weit weg von zu Hause. Er wurde weggeportet. Mit Zwillingsulmen sind wir jetzt immer noch neutral. Okay. Ja, ich bin gespannt. Irgendwann sind wir in Trotzbucht auch noch positiv. Okay, er ist abgehauen. Vielleicht sehen wir den nochmal wieder. Wir haben ein bisschen XP bekommen. Das ist wirklich marginal. Da rutscht man einmal aus und schwupps, ist man aus Versehen zweimal in die gleiche. Naja, es ist, it happens. Tja. 200 Kupfer erhalten. 2000 Kupfer erhalten. Ja, immerhin. Immerhin. Damit haben wir unseren Verlust von diesem Dings schon mal ausgeglichen. Ja, wir sind wieder auf Plus Minus Null, so ziemlich. Jawohl, wir waren bei 19.000. Okay, hat sich das erledigt. Gehen wir ins Anatorium. Hoffentlich kauft die Olle uns das auch noch ab. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ich muss den Ausbau meiner Burg finanzieren, bitte. In dem bin ich der einzig rechtmäßige Besitzer von dieser Burg. Von heute bis in alle Zeit. Ich habe zwei Feuerschwerter. Ein Feuer und ein Blitzschwert. Wir sollten mal nicht zu nahe kommen. Man kennt es, ja. Siehst du, Karstmodan, so läuft das halt. So, habe ich noch was vergessen, was hier notwendig war? Ich weiß, dass in Kupferblödsinn noch irgendwas war. Noch zwei, drei Quests. Aber hier in Farnheim, ich glaube nur das hier. Wir müssen Nasno oder Nasna. Edelmann, Edelmann, Audemar. Das mit den Ohrwärtern fand ich cool. Bisela, 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 Bisela. Bissel, Bissel, Bissel. Nans, da bist du doch, Troller. Hallo. Guten Tag zu dir. Eine ältere Frau durchstürmt die Regale mit einer für ihr Alter überraschenden Schnelligkeit und Energie. Ich fürchte, ich praktiziere nicht mehr, Kind. Ich bin so beschäftigt mit meinen Forschungen. Äh, Imatel schickt. Micha sagte, du wärst an den Zepter-Teilen interessiert, die wir gefunden haben. Dieses rätselige alte Fisch-Vibe hat mal wieder über mich geplaudert, wie ich sehe. Sie lacht und rollt die Augen. Man sollte seinem Geheimsinn niemals einem Mann mit so viel Salz im Bad anvertrauen. Wie dem auch sei, zeig mir, was du zu bieten hast. Äh, Nans untersucht, dass Zepter ihre Augen durch faltige Haut bedeckt. Imatel hatte recht, ich kaufe es. Leider ist ein zerbrochenes Zepter nicht so wertvoll, wie er es dich vielleicht hat glauben lassen. Sie blickt verstohlen in dein Gesicht. Doch ihre Finger umschließen das Teil in ihren Händen fester. Ich nehme es dir für 500 ab. Ah, die Wahrnehmung wär jetzt schön, ne? Unsinn, jemand hat den richtigen Fähigkeiten. Kann das mühelos reparieren. Ich guck mal, ob ich die Wahrnehmung zusammenbekomme. Wahrnehmung 14. Wir haben Wahrnehmung... 13. Ich brauche nur ein Wahrnehmungsteil. Und wir hatten Wahrnehmung. Dort. Ich brauche kein Essen. Ich brauche nur das hier. So, wie sieht meine Wahrnehmung jetzt aus? 16. There it is. Gefühl, Wahrnehmung ist hier sinnvoller. Zepter-Teile. Du wirst mir ein wenig zu aufgeregt. Was verschweigst du mir? Ihre Mundwinkel zucken nach oben. Scharfsinniger als die Matel, wie ich sehe. Die Wahrheit ist, ich könnte das Zepter reparieren. Sie lässt ihre Finger über eines der Teile gleiten. Sicher, es ist zerbrochen. Doch die einzelnen Teile sind in gutem Zustand. Es ist wieder zu reparieren. Es wieder zu reparieren ist eine Frage der Alchemie. Der teuren Alchemie. Ich muss die zerbrochenen Enden in Schurkenblut baden. Achso. Um sie wieder zu vereinen. Ganz zu schweigen von der Balsamierung, die nötig ist, um die Verzauberung wieder herzustellen. Sie blickt dich an. Ich könnte es für 1800 Pant machen. Achso, sie macht das jetzt für mich, oder wie? Ähm. Ich gebe dir die seltene Gelegenheit, am engwithanischen Zepter zu arbeiten. Du kannst den Preis sicher noch ein wenig senken. Ja, vielleicht, wenn du mit jedem Drachenblutverkäufer und Impornhändler in der Stadt falsch und handeln willst. Sie bläst ihre faltigen Backen auf. Also gut, du kriegst die Befriedigung einer alten Frau dabei zuzusehen, wie sie sich zu Tode schuftet, für nur 1500. Also entweder gibt sie mir 500, oder ich gebe ihr 1500 und habe ein neues Zepter. Ich würde, ich könnte sagen, mach 1000 raus und wir haben einen Deal. Ja, ich nehme dir die 1500. Du willst vermutlich zusehen, um sicherzugehen, dass dein Geld gut angelegt ist. Dann mach es dir gemütlich. Sie legt verschiedene Pulvertränke und andere obskure Ingredienzien auf ihrem Schreibtisch bereit. Blablabla, wir kriegen das zusammen. Nachdem du scheinbar stundenlang gewartet hast, kehrt sie in den Hauptsaal zurück und präsentiert das Zepter. Du, wo du dachtest, ist es nicht zu erkennen, dass es hier zerbrochen war. Das ist vielleicht meine beste Arbeit, wenn ich das so bescheiden sagen darf. Darfst du nicht, dankeschön. Und danke, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ein solches Stück in den Händen zu halten, ist für jemanden in meinem Beruf ein echter Traum. Sie legt es bemühtig an, pass gut darauf auf. Du hast den Gegenstand erhalten im getanischen Zepter. Wir haben Erfahrung erhalten. Okay, dankeschön. Zweihändiges Zepter. Reichweite 10 Meter, das ist gut. Schmetterhiebschaden. Genauigkeit gegen Abwehr. Gut und Geschwindigkeit. Gut, geben mehr Genauigkeit und Schaden und plus 20% Angriffsgeschwindigkeit. Diese engliskanische Waffe wurde aus den Fragmenten wieder hergestellt, die du in Orders Geschenk gefunden hast. Der Schaft ist mit Beschwörung bedeckt. Der abschließende Opal ist mit Runen beschriftet. Ist das eine Nahkampfwaffe oder eine Fernkampfwaffe, meine ich? Ich könnte dem Ding noch Frostpeitsche geben. Oh, das kostet hier eine ganze Menge. Ich gebe ihm die Frostbeige, weil ich es kann. Enchanter habe ich bekommen. Apply five or more different Enchantments. Okay, cool. Worth it, I hope. Außerdem könnten wir... Bestien damit töten? Ja, Bestien finde ich gut. I don't know. Und dann geben wir es an unseren Magier, maybe. Dann geht es den Meisterstab. Ich würde sagen, gegeben wir es den Magier. Oh really, man sieht das? That is strange. Wahrscheinlich habe ich es hier absichtlich. Okay, aber man seht ja, dass ich einen Schieden bekommen habe. Klunker sind schon geil. Ja, aber nee, ich hoffe, das Zepter ist die bessere Wahl. Gildenmeisterstab, erhöhte Reichweite. Aber der hat nur 1,75 Meter. Deswegen glaube ich, das Ding ist eine Fernkampfwaffe. Das Zepter. Let's hope so, denn der muss damit ziemlich wehtun. Blablabla. Eigentlich wäre es besser, als an den Priester zu geben, weil normalerweise nutzt er das auch. 16 bis 22, 16 bis 23. Erhöhte Reichweite. Davon sehe ich aber nichts, weil 1,75 und 1,75. Wahrscheinlich ist das noch ein bisschen mehr. Bring aus da wieder Herstellung. Oh, das ist aber eigentlich gut, der Gildenmeisterstab. Du hast noch Feuerpeitsche da drauf. Oh, du hast nur durch die Feuerpeitsche so viel Schaden. Der Standard ist 14 bis 20. What? Du kriegst den Gildenmeisterstab. Bitteschön. Du nutzt ihn eh nicht. Ist mir egal. Und dadurch kriegst du noch geringe Wiederherrschung von Ausdauer. Aber das ist halt ein Nahkampfstab. Das hier nicht. 10 Meter. Ja, es hat dieselbe wie ein Zepter. 11 bis 17. Reine Peitsche und präzise. Reine Peitsche gibt Wunschschaden. Ja, okay, das ist jetzt besser. Gut, läuft. Genau, das Ding ist hierfür gut. Du bekommst... Nein. Du bekommst den wieder. Läuft. Okay, das soll ich öfter machen. So ein Scheiß. Mit den Kleidungsstüren. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Wir überziehen eigentlich schon. Aber das ist mir egal. Das hier soll, denke ich mal, der letzte Part werden. Für heute. Aber ich will noch nach Katnur. Und da ich denke, wir haben hier jetzt erstmal soweit alles abgeschlossen. Ja, wir haben noch was in Kuppabla. Und da ist noch das eine komplette Gebiet, das wir machen müssen. Das werden wir auch beim nächsten Mal machen. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Ähm. Schauen wir mal. Vielleicht kommt er ja allzu bald, dieser Stream. Äh, Stream. Denn ich habe ja noch ein bisschen Urlaub. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal nach Katnur reisen. Ich darf noch nicht. Okay. 22 Stunden. Von wegen 8 Tage. Okay, passt schon. So, reisen wir nach Katnur, reden mit dem Typen und dann reisen wir wieder zurück. Das ist ein bisschen ineffizient, I know, aber ist egal. Ähm. Wir werden einfach vorher nicht rasten. Die reisen jetzt, die reisen drei Tage durch. Mir ist egal. Obwohl, doch in Katnur sollten wir rasten, ne? Sieht viel schöner aus. Schaut euch das an. Das, die Kapelle ist leider noch nicht wieder da. Die anderen Häuser hier auch noch nicht. Aber hier, das sieht ja schon viel besser aus, alles. Wir haben sogar einen Übungsplatz. Dürfen wir hier auch üben? Wir haben einen Löwegefährten. Und einen Schermützelbogen schützen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Okay. Übt wenigstens jemand. Bist du nicht ein bisschen nah dran, Chef? Solltest du nicht lieber hier stehen und dann drauf folgen? Ist egal. Aber die Musik ist schön. Die hat ein bisschen was von Herr der Ringe. Waffenhändler brauche ich aber wahrscheinlich eher weniger. Okay. Reden wir mit dem Sklaventreiber. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Wahrscheinlich nur, er gibt uns Sklaven. Wir wollen wirklich Sklaven haben. Die Sklaven sind voll geil. Können wir verkaufen. Oder so in dem Schema. So, hier ist auch unser Schockmagier. Da ist Solmar. Ein Palastbote. Ich bringe eine Nachricht zum Palast des Dukes. Verzeihen Sie die Störung, meine Fürstin. Kanzler Warren erbittet ein dringliches Treffen im verkohlten Fass in Farnheim. Ja, wollen wir eh hin. Äh, geht's wieder um Katnur? Das weiß ich nicht. Bitte verzeihen Sie, meine Fürstin. Ich bin lediglich ein einfacher Bote. Wer war der noch gleich? Er ist der Rechtsbeamte von Graf Bademar, dem Fürsten des Griffes. Ich glaube, sie haben im Palast des Dukes seine Bekanntschaft gemacht. Warum trifft der Kanzler nicht im Palast mit mir? Vielleicht erbittet er dieses Treffen in seiner offiziellen Funktion. Das kommt gelegentlich vor. Ich treffe mich im Kanzler, sobald ich das zur Zeit habe. Okay, tschüss. Bye, bye. Gut, dann müssen wir eh nochmal nach Farnheim. Das ist in Ordnung. So Solmar, der Fessler. Äh, endlich. Ich bin froh, dass Sie hier sind, mein Fürst. Äh, ich bin Frau. Ich heiße Solmar. Ich habe eine wichtige Angelegenheit zu besprechen, wenn Sie Zeit haben. Äh, ich höre. Du bedeutest, deinen Verbündeten zu dir zu kommen und nimmst auf dem Thron Platz. Ja, so muss das sein. Tschüss, Palastbote. Ha, ha, ha. Guck mal, wie ich da sitze. Nice. Nice, wie swanky, ey. Komm nicht mehr auf den Boden mit den Füßen. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe ein Dutzend orlanische Sklaven. Oh, damn. Im Hafen von Girara. Äh, gute, gesunde Ware, die in Xer-Mittel einen hohen Preis bringt, wenn ich ein Schiff finde, dass sie die Küste hinaufbringt. Das ist der knifflige Teil. Mir fehlt das Geld, um genügend Vorräte für die ganze Reise zu kaufen. Nicht ohne unterwegs in einem Hafen im Dyerwald anzulegen und zu riskieren, dass meine Ware beschlagnahmt wird. Die Gesetze im Dyerwald sind ein echtes Ärgernis für jeden Kaufmann, der sich außerhalb von Trotzburg bewegt. Ich hatte gehofft, dass sie helfen können. Sie stammen ursprünglich nicht aus dem Dyerwald, heißt es. Sie verstehen es also sicher. Äh. Ich will mich beraten. Natürlich, natürlich. Sollmann neigt höflich den Kopf und tritt einige Schritte zur Seite. Äh. Ja, genau. Hiravias, Gina Girara und befreit die Sklaven. Liebend gern. Dann sind meine Hände beschäftigt, während ich einen schmerzvollen Tod dieses Mannes plane. Fünf Tage lang beschäftigt. Goddammit. Haben sie eine Entscheidung getroffen? Äh. Ich habe beschlossen, dich aufzuhängen. Hahaha. Äh. Ja, ich habe beschlossen, dich aufzuhängen. Wachen schafft ihn fort. Was? Das können sie doch nicht. Das ist Wahnsinn. Halt. Das können sie nicht tun. Sommers schreisend weiterzuhören, während die Wachen ihn aus dem Saal zerren. Sommers schreisend weiterzuhören, während die Wachen ihn aus dem Saal zerren. I like it. Sommers schreisend weiterzuhören, während die Wachen ihn aus dem Saal zerren. Wie ich ihn gerade aufgeknüpft habe und ich fühle mich nicht mal schlecht. Ganz im Gegenteil. Dieser Sklaven-Asi hat es mehr als nur verdient. Ich hoffe... Achso. Soll ich anfangen in Ordnung mal sehen? Achso, das ist das mit dem Zustand. Okay. So, aber der Fessler beginnt seine Reise zurück nach Girara. Du schickst Iravias hinter ihm her. Nicht wirklich. Ich habe ihn aufgeknüpft. Ich hoffe, der hängt hier gleich irgendwo in der Festung. Das wäre so lustig. Das wäre so gut. Äh, wie lange ist der Scheiß noch? Wie, du bist fertig? Äh, okay. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen mehr... Sicherheit in der Festung. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es könnte sein, dass mehr Sicherheit sinnvoll ist. Äh, ich hätte gern die Waldlandpfade, glaube ich. Wussten wir auch ein bisschen Prestige. Hm. Hm. Läuft. I like it. Was liegt hier? Nichts. Die Vase ist einfach da. Awesome, ey. Und keiner sagt was. Ein Außer-Karsten-Modan, der nur erstaunt schaut. Ja. Ich finde, die Sklaventreiber gehören aufgeknüpft. Allesamt. Ich finde, meine Rechtsprechung ist gut. Ich finde, den ich auch, Leute. Ich finde, viel besser könnte die Rechtsprechung gar nicht sein. Du wolltest rasten. Ja, ich raste doch. Ich bin ja gerade vom Weg dahin. Ich muss dafür halt in die Rasthöhle, oder wie das Ding heißt. Die immer noch ein bisschen schäbig aussieht, aber das gibt sich noch. Oben ist nicht mehr ganz so schäbig und da raste ich. Also ist egal. Das dauert halt ewig, bis der Mist gebaut ist. Apropos, habe ich überhaupt noch Geld? Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe doch so viel ausgegeben jetzt. 1300, das wird langsam knapp. Knapp, knapp, knapp. Äh, wie raste ich denn hier drin nochmal? Leuchthöhle heißt es, genau. Ich habe mehr Gewandtheit, mehr Überleben oder mehr Macht. Das ist alles scheiße. Ich kann Charakter neu ausbilden. Das sind meine Räume. Mehr habe ich nicht. Ja, dann nehme ich Überleben, glaube ich, weil davon habe ich nicht so viel. Wir müssen das auch unbedingt ausbauen. Ich habe nur einem ehrbaren Händler geholfen, Zölle kreativer auszulegen. Du bringst ihn um. Siehst du? Siehst du? So ehrbar ist der Penner nicht. Er ist ein dreckiger Assi. Es sind gerade mal 8 Stunden vergangen. Oh, und mehrere Leute haben einen Stufenaufstieg. Tada, den machen wir noch. Du kannst übrigens überall in Katnua rasten. Ja, okay. Ist okay. Ja. Aber ich wollte ihn euch nochmal zeigen, wie es momentan da aussieht. Äh, Eda. Was braucht Eda? Für Fähigkeiten. Mehr Athletik? Fähigkeit, neue Kraft einsetzen, um aufgebrauchte Ausdauer zu regenerieren. Je höher der Athletik, werdest du stärker die Wirkung von neuen Kraften, Dialogen, Skripte und Direktionen. Bla, bla, bla. Ja, er ist unser Athlet. Läuft. Oh Gott, jetzt, das ist eklig. Das ist in dem Spiel hier richtig eklig, sag ich euch. Ähm. Geschwindigkeit sofort. Nutzer plus 20, alle Verteidigungen. Das ist eigentlich gut. 20. Garde, weniger Rüstungsgeschwindigkeitsmalus. Ich hab das Gefühl, das ist gut. Ich hab das Gefühl, der Rüstungsgeschwindigkeit, Marlust, ist sein Problem. Unbeugsam. 3 pro Ruhephase, Geschwindigkeit sofort. 50% der Länderschaden umgewandelt zur Heilung. Das ist auch geil. Der Bereich für Leichetreffer und Treffer wird erhöht. Und wir machen mehr Mindestschaden. Das ist echt gut, der sichere Schütze. Discipliniertes Bombardement. Pro Begegnung, mehr Genauigkeit. Beschützerhaltung. Genauigkeit verliert er eh durch seinen Schild, das heißt, es wäre gut. Freundlich Aura. Selbst minus 10. Genauigkeit. Näh. Vertreibung. Hm. Schwingt die Nahkampfwaffe des Kämpfers in einem weiten Bogen. Streckt Feinde nieder und fügt den Schmetterschaden zu. Das ist gut. Das ist eine extra Sache, die er einsetzen kann zumindest. Überwältigender Schutz. Passiv. Die Absetzangriffe des Kriegers besitzen eine höhere Genauigkeit und richten größeren Schaden an. Außerdem strecken sie Feinde nieder. Das ist natürlich auch geil, ne? Dass ich permanent umhauen könnte. Mit jedem Schlag ist eine passive Fähigkeit. Und ich könnte jederzeit bei Genauigkeit gegen Tapferkeit, also wenn meine Genauigkeit höher ist als deren Tapferkeit wahrscheinlich oder so. Dann fallen sie um. Für 5 Sekunden. Das ist Hardcore. Die Mundgegenwirkung verängstigt und geschockt. Ich bin... Ich will alles haben. Ich will die gepanzerte Garde haben. Ich will die Vertreibung haben. Ich will den überwältigenden Schutz haben. Kann so nicht... Achso, da ist noch keiner was geschrieben. Unsicheren Schützen will ich auch haben. Für einen besseren Bereich. Und 20% mehr Mindestschaden. Sag ich mal... Immer 20% mehr Schaden jetzt. Also Minimalschaden. Lange ich Maximalschaden erreicht. Das ist schon geil. Soldatenwaffen. Komisch, Soldatenwaffen müsste auch ein Langschwert sein. Nicht unbedingt Großschwert. Großschwert ist auch 2 Hand in dem Spiel hier. Bauer. Hillmann. Streitkolben, Degen, Stab, Zepter, Dolch. Das ist... Naja, Ritter ist es dann, was ich hier brauche. Abenteurer, Mordachs, Panzerbrecher, Schreipflege, Zauberstab, Kriegsbruch. Ich glaube aber sowas wie sicherer Schütze... Ich würde es so ranken. Mein Ranking wäre... Überwältigender Schutz... Diszipliniertes Bombardement. Ne, das nicht. Überwältigender Schutz, Vertreibung. Das ist auch nur 2 pro Ruhephase. Das ist nicht viel. Auch wenn der Schmetterschaden extrem nice ist mit 35 bis 47. Ne, ich würde es anders sagen. Also ich würde sagen, Überwältigender Schutz wäre Rang 1 für mich. Dann gepanzerte Gnade, dann Vertreibung, dann sicherer Schütze. I think. Und darum werde ich jetzt Überwältigender Schutz nehmen. Für ihn. Er hat zumindest nicht ganz so viel aus. So, und jetzt ich noch. Oh, ich level mich immer sehr gerne. Wissen spiegelt wieder unterschiedliche Themen, bla bla. Schriftrollen höherer Stufe. Ich finde sie voll hübsch mit den blauen Augen. Sieht mal gut aus. Am liebsten würde ich Mechanik nehmen. Weil wir das Ultra brauchen. Aber ich würde auch Wissen nehmen. Weil Wissen brauchen wir genauso. Und ihr habt ja eben gesehen, Wissen 4 hätte ich gebraucht. Das würde sich ja schnell ansteigen. Ah, 4 plus 1 Medium plus 1 Söldner. Das heißt, das muss ich noch nicht unbedingt nehmen. In dem Fall habe ich eine Mechanik, nur 5 plus 1 für Medium. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal Mechanik. Wir haben schon 7 bis 8 gebraucht jetzt. Sollen wir zumindest 7. Ich nehme diesmal Mechanik. So, das ist nämlich jetzt richtig eklig. Weil hier gibt es 4 Stufen, von denen ich mir Zeug holen kann. Körperliche Abstimmung. Mit einem langen Part, Leute. Stellt euch drauf ein. Ansonsten könnt ihr ja schon mal ausmachen. Wenn ihr das nicht sehen wollt. Das Medium erforscht verstanden. Die Seele des feindlichen Ziels. Findet die Stärken seiner Verteidigung und raubt sie. Um sie selbst zu nutzen. Entzieht dem Ziel einen Teil seiner Schadensreduktion. Und gewährt dem Medium den gleichen Wert als Bonus. Das ist nice. 7 Schadensreduktionen entfernen und mir geben. Wow. Verstandslanze. Fehlt das Ziel auf einer Lanze aus reiner Kraft auf. Wodurch alle im Angriffsbereich erheblichen Stichschaden erleiden und mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschaltet werden. 40 Fokus. Wow. Ist aber schnell. Das ist gut. Ziel plus Länge. 40 bis 48 Stichschaden. Das ist geil. Oh, ich kann zwei Sachen wählen. Cool. Schmerzblocker. Versieht einen verbündet mit einer mentalen Sperre gegen seinen Schmerz. Gewährt ihm dadurch einen Bonus auf seine Schadensreduktion. Regeneriert seine Ausdauer mit der Zeit. Oh, eine Heilung zu bekommen. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall. Lautloser Schrei erzeugt ein psychisches Heulen im Zielbereich. Durch das das Ziel betäubt wird und alle Feinde im Zielbereich Wundschaden erleiden. Hohe Wahrscheinlichkeit auf Ausschalten. Das Ding ist, dass sie nicht reliably das zaubert. Den Schmerzblocker. Aber dennoch will ich ihn haben. Wenn wir es irgendwie schaffen, den Fokus noch mehr zu steigern, die Fokusgenerierung, dann geht sie richtig ab und kann auch sogar richtig gut heilen. Weil das war 100 Heilung. Sie heilt hier mit mal eben 111 Ausdauer. 112 fast. Und plus 10 Schadensreduktion für denjenigen. Oh my freaking God. Damit würde sogar unser Magier tanken können. Wilder Blutsauger. Klammert sich an einige Eigenschaften der Psyche des Ziels und erzieht diese, wobei es dem Medium die gleiche Menge als Bonus gewährt. Wirkt sich auf ein zufälliges Attribut aus. 10 Punkte von einem zufälligen Attribut? Ziemlich nice. Zwischenschritt. Ein Verbündeter nimmt dem Anschein nach die Gestaltung des Geistes an. Seine Bewegungsfähigkeiten verbessern sich und viele erlittene kritische Treffer, Treffer und leichte Treffer werden zu schwächeren Ergebnissen abgeschwächt. Auch nice. Ein schöner Buff. Ganz ehrlich. Zeugner psychisches Heulen. Durch das Ziel betäubt wird alle Feinde im Zielbereich Wundschaden allein. Hohe Wahrscheinlichkeit auf Ausschalten. Das hier ist eher das, weil das ein super AOE ist. Also ich würde sagen, die beiden. Hat keiner mehr ausgeschrieben. Okay, ich dachte, das sah so aus. Ich wäre für die beiden. Was haben wir noch? Geheime Schrecken. Schlimmsten Ängste. Verängstigt und krank. Gebrauchender Wille. Vergangener Fehlschläger vorzuholen, wodurch das Ziel behindert und geschwächt wird. Rumpelnd. Und rumpeln ist krass. Ecto-psychisches Echo. Generiert eine abprallende Welle psychischer Resonanz zwischen dem Medium und einem Verbündeten. Die Welle fügt jedem Feind, den sie trifft, Schmetterschaden zu. Auch nice. Macht aber nicht so viel Damage. Phantomfeinde. Trinken Verstand von Ziel in den Wirkungsbereich ein und zwingt sie dazu zu glauben, sie seien von Phantomfeinden umgeben, wodurch sie für die Dauer flankiert sind. Schade. Wenn sie wirklich die Feinde sehen und die angreifen würden, hätte ich es genommen. Psycho-vampirischer Schild. Das Medium nutzt die Willensstärke des Ziels gegen das Ziel selbst und raubt ihm einen Teil seiner Entschlossenheit, um eingehende Angriffe besser abwehren zu können. Das Schöne ist ja, ich brauche nur Fokus. Ich kann die Dinger so oft einsetzen, wie ich will. Anders als Magier. Um eingehende besser abwehren zu können. Ja, also ich könnte mich so hoch buffen. Zehn Entschlossenheit. Einfach mal so. Bam. Ich entziehe ihm Zehn Entschlossenheit und kriege 25 Abwehr. Das ist richtig dreckig. Rückruf der Agonie führt dazu, dass das Ziel das psychische Trauma einer Verletzung wiedererlebt und dadurch erneut den entsprechenden Schaden erleidet. 30% aller erlittenen Schäden wieder ausgeteilt. Das ist gut gegen den Boss. Wenn wir jetzt gegen einen Drachen kämpfen würden oder sowas und wir machen dem 5000 Schaden, kriegt er 30% einfach mal so oben drauf. Was schon nice ist, weil ich dem niemals 30% von 5000 mit einem Schlag machen könnte. Also jemand, der viel, viel HP hat, da ist das sinnvoll. Seelenschock. Verwandelt die äußere Hülle eines Verbündeten Ziels vorübergehende Energie und sondert einen Stromumschlag ab. Charaktere, die um das Ziel herumstehen, leiden Elektroschaden. Den Verbündeten, okay. Aber alle. Und das gilt auch für meine Leute. Schwächlicher Griff. Erschüttert den Sinn des Ziels für die Realität, wodurch es verängstigt und verwirrt wird. Ist auch nice, aber ich mache lieber Damage. Flößt einem Feind ein quälendes Geheimnis ein, worunter ergrößt. Sein Gehorsam leidet und er bezaubert wird. Bezaubern kann nice sein. Ich habe schon eine Puppetierfähigkeit, die sogar ein bisschen stärker ist, meine ich, als das hier. Aber das betrügerische Geflüster könnte auch noch nice sein. Ich werde trotzdem die beiden, glaube ich, jetzt nehmen. Der Schmerzblocker für, damit ich überhaupt einen Heal habe. Und der lautlose Schrei, weil er einfach super AOE-Damage macht. Ich denke, das passt. Läuft. Auch wenn er sehr teuer ist. Noch jemand? Nope. Keiner ohne Fahrschein. Okay. Was wir jetzt machen, weil uns der fünfte Mann fehlt, ist natürlich ein bisschen blöde. Ich könnte theoretisch noch ein paar Mal rasten, aber das ist halt auch scheiße, ne? Ich könnte jemand anderen mitnehmen. Du bist beschäftigt. Ich könnte nicht anwerben. Ich könnte nicht anwerben. Ja, aber guck mal. Die sind alle super schlecht. Die haben alle keine XP bekommen. Wir sind Stufe 6 und 7. Wir sind Stufe 5, 4 und... Na gut, er, ne? Kommt halt bald erst wieder. Wir können noch ein Medium mitnehmen. Wir könnten den komischen Augenmauer-Typen mitnehmen. Kriegst du wenigstens ein Level ab? Ja, bekommst du. Aber das würden wir das nächste Mal machen. Das würden wir das nächste Mal machen. So Leute, ich mach hier einen Cut. Äh, ich wollte eigentlich zurückgehen, aber... Ja, beim nächsten Mal müssen wir überhaupt nicht noch dran denken, das was wir machen sollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar und Bewertung da. Bis bald, Leute. Tschüss.